Das Westgate-Einkaufszentrum in Nairobi am 21. September, weniger Augenblicke vor dem brutalen Angriff der somalischen Al-Shabaab-Miliz. Rund 80 Stunden hatten sich die Terroristen in der Mall verschanzt. Nun werden erneut neue Aufnahmen der Überwachungskameras veröffentlicht. Sie dokumentieren den Beginn der grausamen Belagerung. Plötzlich bricht Panik im Einkaufszentrum aus. Menschen fliehen und verstecken sich. Scheinbar beiläufig betreten die Angreifer das Gebäude. Der Mann, der hinter einem Plastikelefantenschutz gesucht hat, wird wenig später erschossen. Im Supermarkt der Mall schiebt eine Mutter ein verletztes Kind in einem Einkaufswagen davon. Ein junges Mädchen folgt, Hände erhoben, abgeführt von einem der Terroristen. Die Geiselnahme in Nairobi soll akribisch geplant gewesen sein. Schon Wochen zuvor hatten die radikal-islamischen Terroristen offenbar einen Laden in dem Einkaufszentrum gemietet, um dort Waffen zu deponieren und sich Zugang zum Sicherheitssystem des Anwesens zu verschaffen. 67 Menschen kamen bei der Belagerung ums Leben. Diese schockierenden Bilder dokumentieren nur die ersten Minuten eines insgesamt vier Tage andauernden Albtraums.